Wer ist da? Wer ist da? Ok Los geht die Action Ah, er steht schon da War raus? Sieht nichts aus, ne? Ich speichere mal Und weiß ich nicht Was war denn das? Was war denn das? Keine Ahnung Ich muss den, ich muss den erledigen, es hilft einfach nichts Vorsichtig Was war denn das? Mann Geh weg Das Ne, das kann Das kann man so auch nicht machen Ok Was war denn das? Was war denn das? Okay, sind auch umsehen Wo könnte denn das sein? War bestimmt doch nichts Ok Was ist hier? Ah Gut Nicht Mist Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen Und die CIA hat das nicht gewusst? Doch Schön, dass sie es uns gesagt haben Sein Implantat hat sich sechs Stunden nach seinem Tod deaktiviert Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle Details im Opset Ok Finds in den Platz von Gurgelnitze auf dem Morayvi Platz eine Datenverwahrt und herausfinden wie sie in das Polizei finden sie die Blackbox haben wir schon Vermeiden sie zivile Verluste beim erreichen der Straße Ok Der Code für Blausteinsparcundio lautet 0 9 1 7 7 2 Brauseinwand liegt östlich 0 9 1 7 7 2 9 1 1 7 7 2 Das finde ich so geil dass man sich das merken muss Ja Ja schon wieder so eine Stelle wo ich nicht weiß wo ich hin muss Ach hier ist ein Seil Hatte ich gesehen Kann ich ein bisschen schneller gehen Ich habe sie mit einem kompletten Anfänger zu tun Habe ich so das Gefühl Seitlich läuft der schneller Was war denn das? Weiß ich doch nicht So Medikit Ok Lauf das Seil? Da waren wir jetzt schon Ich sollte echt öfter speichern Ich drehe langsam du Mist Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen Und die CIA hat das nicht gewusst Doch Schön dass sie sonst gesagt haben Sein Implantat hat sich sechs Stunden nach seinem Tod deaktiviert Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle Details im Offset 0 9 1 7 2 Ah jetzt weiß ich was das mit den Buttons zu tun hat Weil hier zum Beispiel der Achter leuchtet Ok So Ich speichere hier mal Das speichern geht so schnell weil das so ein altes Spiel ist Das ist es Wahnsinn Oh sehr schön Ok Ja lass es los Hallo wer ist denn da? Keine Ahnung ich bin einfach nur unfähig Hab ich damit gerade was gesehen? Nö Muss ich erst auf da hinspringen? Lass das Hallo? Was zum Hä? Ja Alter Teilweise bin ich echt umfähig ne? Ich widerrufe meinen Befehl bezüglich der Straßen Wir haben den Funkverkehr der Polizei von Tbilisi abgehört Die Jungs sind Gauner Aber wenigstens wollen sie keinen Ärger bekommen Es steht dir ab jetzt frei jede Straße zu benutzen Tu was du tun musst um die Vermissten zu finden Ok Tür abgeschlossen, na toll Und dann nutze ich jetzt nochmal die Dietriche? Und dann nutze ich jetzt nochmal die Dietriche? Wir haben heute fast ein Vermögen Leichentische sind billig Ja, wir könnten dich günstig auf einem Leichentisch unterbringen Ich habe nichts gemacht Bitte Nichts? Was ist mit dem Angriff auf einen Polizisten? Üble Nachrede und dem übermäßigen Alkoholkonsum Du hast gesagt wir seien kriminell Dann sperrt mich ein Ich bin müde Hast du nicht zugehört? Gefängnismieten sind gestiegen Heute sterben ist kostenlos Wenn du nur schlafen willst kostet es 100 Lari Bitte Ich will... Was machen wir jetzt mit ihm? Durchsuch die Taschen Ich frag nach Geht klar Einheit 3 Haben hier einen 1053 Möglicher Überfall Könnt ihr einen Arzt schicken? Machen wir Einheit 3 Hier brennt allerdings ein Warenhaus Kann also etwas dauern Verstanden Wir warten bei dem Opfer Einheit 3, Ende Überfall? Können wir Coaster anhängen? Gute Idee Und jetzt? Ich glaube ich hab was gehört Nein Ich glaube du hast nichts gehört Unidentifizierter Gegner Ja, tot Nicht oben irgendwie lang Nicht oben irgendwie lang Natürlich kann ich nicht oben lang Ich vollidiot Hallo? Wer nutzt den Scheiß? Was? Halt Da musst du hier lang gehen können Das muss ja hinhauen Gibt's ja nicht So geht's zumindest mal teilweise Ich hab sonst keine Ahnung Wie ich da überhaupt lang gehen soll Hier geh auch nicht drauf Ich kann O委 eben lang gehen Ja, aber Ich kann Uwe Ihnen lang gehen, aber Ich... Ähm... Da mach ich halt so Ach Gott... Ja, ich ich... es ist das game wird sicher wieder als spannend bis zum geht nicht mehr weil ich so richtig schön fehle ich finde die korruption der der polizistisch auch sogar jahre sie können ihn einfach töten um was ich gerade sehe ich habe ich auf dem zweiten schirm der exilie offen also den ordner offen wo die falls eingesperrt werden und es sind jetzt schon sechs weiß weil es nach hier zwischen sich als abricht das will ich echt hat schon was das ist der hättest du hättest du hättest du hättest du hättest du hättest du hättest ich muss mir eher ich kann mich nicht mehr davon das sieht mich nicht wirklich fast schon Geheke Geheke Wer rief da? Ich glaube ich habe ein Geräusch gehört Ich glaube nicht Hat sich natürlich wieder nicht festgehalten so wie ich das wollte Gehe doch einfach weg So boah jetzt kommt der andere auch lang oder was? Sich mir wohl eingebildet haben Hier seht ihr uns eh nicht zum Glück Ich will schon noch gern was essen muss ich zugeben Findet diese Gurgelnitz ist versteckt Das muss ja auch hier irgendwo sein Okay der kommt wieder zurück Das ist auch gut wenn er wieder zurückkommt Der bleibt da stehen Der geht da rein Wer ist da? Da ist niemand Wer ist da was ist das für ein Mann Ah treffend kann er auch überhaupt nicht das ist Ich glaube ich habe was gehört Scheine rein da Ein Polizist Ich glaube er ist tot Wollen das etwa schießen? Kommen Sie mit erhobenen Rennen her Ach so da ist noch einer Den habe ich ja Das verstehe ich nicht Wie mache ich das? Jetzt genau Ach Gott Okay Gut Hat gut geklappt jetzt mit diesem Mal Was ist mir den da? Vielleicht kann ich das Licht Sack blöd Ich muss mal warten bis hier da drüben kommt Ich kann mich schon mal speichern damit man Naja damit ich zumindest mal keine Nacht Hab jetzt sag ich jetzt mal Okay